Ich frage mich, ob Menschen unsere Waffen schwingen könnten. Das testen wir gleich mal an. Ey, das ist ja Rüdia. Willkommen, womit kann ich dienen? Peitsche, Blitzpeitsche, Kotetsu. Ich vermute es, ja. Blitzpeitsche, Feenrute, Erosfeil, alles klar. Gut, gut. Vielen Dank. Dann erstmal die Ausrüstung hier. Rüdia, optimieren, Blitzpeitsche. So. Ah, wollte doch noch mit dir reden, komm her. Angeblich sollen einige unserer Brüder in anderen Welten randalieren. Ah, okay. Schusch. Also, die Rüstung war jetzt nicht so eine Burner. Du solltest keine Menschen hierher bringen, Rüdia. Wir möchten einfach in Ruhe und Frieden leben. Willkommen. Aegis Schild kaufen. Lichtrohbe ignorieren. Vielen Dank. Aegis Schild ausrüsten. Äh, ja. Das ist natürlich hier. Da ist er. Ah, okay. Whatever. Genji Schild ist anscheinend besser. Ist überhaupt, sag mal, Geld ausgegeben. Die wollen wir doch nur das Geld aus der Tasche ziehen. Über dieses Land herrschen Königin Asura und der König der Beschwörbaren. Okay, Party hart. Dann kann es ja losgehen. Ich freue mich. Gegen Vayne muss ich jetzt kämpfen. Wer ist das? Ich soll der König sein? Nein, nein, nein. Ich bin nur ein alter Mann. Rüdia. Königin Asura. Rüdia, Schatz. Was führt dich hierher zurück? Wir brauchen eure Hilfe. Gut, aber zuerst müsst ihr euch als würdiger weisen. So ist es Brauch. Verfügt ihr mir den Mut, mich herauszufordern und die Kraft, mich zu besiegen? Der ist Leviathan, ist ja ganz klar. Also das ist nicht schwer. Ja, klar. Lasst uns mit der Prüfung beginnen. Peng, in die Fresse, tot. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ey. Asura. Ah, Asura. Alright, alright, alright. Ah ja, genau. I remember. Stupid old bitch. Sprung. Weiß magie. Falsch. Angriff. Beschwören. Titan. Weiß magie. Vita. 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 Ab geht er. Und ab. Sollte genügen. Protis. Solange sie nicht Reflect macht. Obwohl, ich caste ja gar nichts. Pang. Und there you go. Ne, gut, dass er so nie Heilung bekommt, wenn er jedes Mal jammt, ne? Typ. Typ. Obwohl, der cast. Ah, sie hat kein. Oh, fuck. Sie hat keine MP mehr. Oh, fuck. Hätte ich mich mal ausgeruht. Uncool. Komm, ses, lol. Scheiße. Wir müssen Heilung pushen in irgendeiner Form. Ja, beten wird uns da nicht mehr viel nützen. Ja. Boah. Okay, Glück gehabt. Das hätte hart werden können gerade. Easy. Wo ist der Anna? Immer noch nicht gelandet. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Rydia, beschwöre mich, wenn du meine Hilfe benötigst. Rydia hat die Beschwörung Asura gelernt. Okay. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Okay, cool. Ihr seid die Ersten, das ist der König, doch. Ihr seid die Ersten, die Asura besiegt haben. Aber ihr könnt das Böse nicht allein mit Stärke bezwingen. Man benötigt zudem einen unerschütterlichen Geist, um seine Kräfte rechtschaffen einzusetzen. Werdet ihr mit eurem Geist, werdet ihr euren Geist mit meinem Essen? Nein, kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Ich schlafe erst mal eine Runde, ne? So können wir nicht arbeiten hier. Das geht mal so rein. Gar nicht. Geht mal gar nichts. Okay, aber... Das war ja schon mal nicht schlecht. Deswegen ist hier auch wahrscheinlich das da. Damit wir uns hier raggen können. Nee. Äh, äh, äh. Items is. Items is. Hütte. Hütte in die Hütte gebaut und drin gepennt. Nice. Super. Wer ist denn jetzt der König? Wenn das wirklich Leviathan ist. Was damit... Ach, Bahamut ist noch mal eine eigene Geschichte, ne? Fuck. Der war woanders. Aha. Stimmt. Hier sind die zwei. Warte mal. Wir gucken jetzt mal. Hier Magie. Rydia. Beschwörung. Titan. Odin. Odin fehlt uns auch noch. Fuck. Ja, 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 ja. Aber wo Odin? Wo Odin? Okay. Ihr könnt das Böse nehmen. Blablabla, Geist, ja. Ja, komm her. Pisch. Und ist ja nicht so, als hätte er uns nicht schon gesagt, was wir machen müssen. Televiathan. Angriff. Weiß Magie. Wo ist Reflek? Reflek. Wo Reflek? Fuck. Ah, da. Äh, ja, Angriff. Beschwören. Was sagt man? Asura? Nein, Titan. Dann, Angriff. Äh, Weiß Magie. Reflek. Reflek. Sprung. Angriff. Angriff. Odin ist ein Baron, ne? Aber wie beschwör ich den? Ich weiß, dass der da ist. Mehr Reflek-Blocks. Äh, ja. Aber ich hab jetzt schon mal den Rattenschwanz. Das ist schon mal einiges wert. Ja, kann er seinen Eisrahn nämlich gerade mal behalten, der Bob. Wenn sie nicht heilt, wäre irgendwie uncool. Ja, okay. Baby bitten, Reflek, Reflek. Asura, wie famine ist. Hey,はい. Wie toleriert. Nein, das ist ein mogidiger. Eeeh, eh. Angriff. Du Schüttler. Refleque. Jetzt darf ich natürlich mich so nicht mehr selbst heilen. War sehr rumschüttelt die ganze Zeit, Typ. Gut, jetzt kann ich ja mit Beeten arbeiten. So. Danke für den Like. Off. Gympf. Easy. Leviathan. Ob wahr. Haha. 28.000 EP plus die Beschwörung ist nicht schlecht. Euer Geist ist Recht schaffen. Ich Leviathan, König der Beschwerbaren, werde euch dienen. Beschwerbaren. Beschwörbaren natürlich. König der Beschwerbaren. Alles klar. Danke. Brainfuck. Äh, okay. Euer Geist ist Recht schaffen. Ich werde euch dienen. So. Dann haben wir das nämlich jetzt auch gelernt. Seslol. Nein. Rydia. Beschwörung. Ja. Jetzt fehlen uns noch eins. Zwei. Not sure. Aber Bahamut muss. Und Odin. Ja. Da bin ich mir jetzt halt echt nicht sicher. Aber das war's. An der Stelle. Ziemlich sicher. Ja. Ich würde mich jetzt rausporten. Aber let me guess. Das funktioniert bestimmt nicht. Äh, äh, teleport. Nein. Was war's? Ja gut, das war ja jetzt eigentlich. Ich will es mich beschwören. Also eigentlich will ich es beschwören, deswegen bin ich hier. Easy going. Wupp, wupp. Das sieht cool aus da drunter. Cool gemacht. So, kann ich mich jetzt teleporten? Das wäre nice. Yeah, ja. Alles klar, tschüss. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Rattenschwanz. Zum Bobby. Also erstmal Sicht machen nochmal. Aber sehr sicher, dass wir jetzt alles klar gemacht haben. Ja, okay. Cool. Dann. Pimmeln wir jetzt erstmal. Zur Höhle mit dem Rattenschwanz. Ey. Aber dazu brauchen wir... Wo ist denn unser... Ah, da. Da hab ich's abgesetzt. Small stuff. The small stuff. Du 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 du. Einsemmeln. Nein, wir absteigen. Fuck it. Moment, hängt das da dran? Wo hab ich das... Ah, das ist das euer Ernst. Seid ihr komplett Ernte, ja? Okay, cool. Also wir wechseln jetzt die Schiffe wie... Wunderwäsche. So. Und dann ist da oben nämlich die Höhle. War's die nicht? War's die? Alter, ich kann ja eigentlich mal gucken. Auf dem Möp. Luftgießchenbordet. Ah, da man die töte. Genau, der wollte die Schwanz. Okay, dann können wir das hier her absetzen. Nein! Absätze lasse. Komm. Dann da landen. Kann ich so auf Masse absetzen. So, komm. Ja, jetzt. Okay. Luftgießchen. Hui. Musik, gut. Zieht Leine. Ich werde nur mit euch reden, wenn ihr mir den Schwanz eines Tieres bringt. Rattenschwanz. Das ist der Rattenschwanz, nach dem ich gesucht habe. Also gut, ihr habt ihr ein bisschen Erz als Entschädigung. Adamant Hits erhalten. So, jetzt müssen wir zum Adamant Hits-Thingi-Tybi, der uns dagegen dann sehr wahrscheinlich Excalibur baut, ne? Ich bin jetzt nur geraten, aber das sind Parallelen zu anderen Final Fantasy gemäß, ne? Moink. So. Ja, ja, ja. Puff. So. Gar nicht damit in den Vulkan fliegen. Ich sag mal, nein. Wahrscheinlich nicht. Or can I? No, no can do. Alles klar. Also müssen wir das Schiff wiederholen. London. Ne, London. Piasch. Jetzt haben wir alles hier. Nice. Wir haben so viele Schiffe zur Auswahl. So, jetzt rinnen. Wir rinnen. Das war da unten, ne? Und dann geht's zum Bahamut-Bobby. Korklols Schmiede, genau das ist er doch. Du Korklol. Jetzt was dazu zu sagen? Er schläft nur Tag aus, Tag ein. Ich will Adamantit. There you go. Meine Tage in der Schmiede sind vorbei. Ich werde kein Schwert mehr fertigen, bis ich das legendäre Herz in meinen Händen halte. Adamantit. There you go. Adamantit. Gib. Gib mir dein altes Schwert. Ich werde es zu einem neuen, äh, ich werde ihm ein neues Leben einhauchen. Schwert der Legende übergeben. Wie macht er das jetzt? Im Bett, oder was? Hallo, ich will mit. No. Er lässt mich nicht mit. Oh doch. Wollte gerade sagen. Jetzt musst du schon auf den Bobby hier warten. Aha. Es geht ab. Ich werde hart daran arbeiten, ein noch besserer Schmied als Meister, als der Meister zu werden. Ja, du Arsch. Der Meister ist zu Rüge. Ihr saint. Oh. Ja, du Arsch. É include.